Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen, Verbrecher, Schurken. Du willst sie vernichten. Das ist eine Pflicht. Keine Bewegung. Was hat dieser Mann getan? Nein, zweifle nicht. Ich verspreche es. Ich bezahle. Ich bring euch den Sinn. Das sind nur nicht in meine Höhe. Was soll hier nicht hin, Kind? Exekutiere ihn. Ach, scheiß drauf. Was tust du, Kind? Lass mich runter! Ja! 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 Das war's für heute. Was ist das? 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 Maja? Was ist das? 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 Was ist das?